Meine Damen und Herren, beide Akteure haben erstmal einen Applaus für dich. Der ist ungeteilt. Die Wettung war 59,57. Der ist ungeteilt. In der Union-Gewitzklasse bis 64 Kilogramm. In der roten Ecke Artyom Akopjan vom TSV Plöhn. Sein Gegenüber in der blauen Ecke vom Polizeisportverein Hamburg. O. Pukukwaku. Wir sehen jetzt, links bei Runde 1. Eins. Angehist. Angehist. Angeist, Angeist! Angeist, Angeist! Angeist, Angeist! Angeist, Angeist! Angeist! Angeist, Angeist! Lever! Vielen Dank. Vielen Dank. Big Fly und den Zweig. Vielen Dank. Big Fly und den Zweig. 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 Big Fly und dieüdمة. Big Fly und zweig. Vielen Dank. Mit dem Schlusskong ein freundschaftlicher Foulsabschlag der beiden Akteuren, das sehen wir gerne, meine Damen und Herren, gekämpft bis zum Schlusskong, aber dann gleich wieder ein herzliches Beieinander. Ich bin hier mal bei den Akjong. Hast du Angst? Nein. Das Urteil ist gefallen. Punkte, Richter haben entschieden. Was meinst du, wie ist das gelaufen mit deinem Sportfreund Upuku? Upuku, komm du doch bitte auch noch schnell her. Wir können an dem Urteil nichts mehr machen. Wir können aber noch ein bisschen schnacken. Sag mal, wie war der Kampf? Wie siehst du das? War gut? Was meinst du, wie der ausgegangen ist? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Dafür haben wir fünf Punktrichter eingesetzt, die das ausgerechnet haben, aber ihr habt einen tollen Kampf gemacht. Bitte beide mal zu Ringrichtern. Ein bisschen weiter, dass ich euch gleich fotografieren kann. Meine Damen und Herren, bitte für beide Akteure erst mal einen Applaus. Die haben sie fertig. Und hier das Urteil. Nein, hier her gucken. Sieger mit 15 Uhr Punktrichter Stimmen. Rote Henke, Arjo Wappungar. Und den zweiten Platz für die Akteure aus Hamburg. Und Ninja und Büscher haben mit Kleinigkeit zur Erinnerung mit für euch. Bis zum nächsten Mal. Gut, Dankeschön. Starke Leistung. Was sagt Kasim dazu? Was sagt Kasim? Alles klar. Alles klar. Alles ist schon perfektes Deutsch gewesen. Meine Damen und Herren, Sport ist international. Die Regeln sind international. Ich spreche...